Das Spiel hat uns auch sehr geholfen. Deswegen sind wir als Löwen die letzten bayerischen Vertreter, die im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen. Wir freuen uns jetzt auf die Auslosung am Sonntag und sind gespannt, wer im Januar unser Gegner sein wird. Unser Fokus liegt davor aber natürlich auf nächsten Samstag gegen den SC Freiburg 2. Mit eurer Unterstützung werden wir alles geben und hoffen, das Spiel wieder gewinnen zu können. Vielen Dank und bis Samstag, eure Löwen. Vielen Dank.